So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es sind mal wieder mega fette News am Start. Die kennt ihr natürlich schon alle, aber wir wollen mal genauer hingucken. Wir wollen nicht nur auf die Fakten gehen, was uns erwartet, wir wollen auch mal genauer drauf schauen, ist das wirklich cool, was uns da erwartet. Ich habe das Video gestern eigentlich schon aufgenommen, nachdem ich nachts den Chill mit Ramses Livestream gemacht habe, Geschenke gemacht habe, mir nochmal scharfe Nudeln reingehauen habe und im Video dann nur noch Mist gelabert habe. Da war ich nicht mehr Herr meiner Sinne, sag was mal so, deswegen mache ich das jetzt fix nochmal. Ich bin ja eh zu spät, deswegen kann ich mir das ja leisten. Mega Evolve your Pokémon and get ready for a mega September Event. Eigentlich freut man sich ja auf neue Events, oder? Man freut sich immer, ja das nächste Event ist angekündigt, richtig fett. Man guckt auf die Boni, man guckt auf die neuen Shinies, man guckt auf die neuen Pokémon, man guckt auf alles, was es dazu gibt und freut sich schon wochenlang, bis es endlich losgeht. Diesmal ist es aber glaube ich etwas anders. So habe ich aber zumindest das Gefühl, vielleicht ist es bei euch nicht so. Dieser Artikel ist im Original hier, der ist da hier Englisch, Englisch kann man nicht, deswegen mach mal den zu. Gucken mal, auch hier geht ein Raid gleich auf, den habe ich schon gepostet, dass da wieder ein paar Leute mitmachen. Wir haben das gleiche noch von pogefans.net. Das ist eigentlich schon übersichtlich, gefällt mir auch sehr gut. Ihr seht das hier so, ihr seht das hier da, ihr seht das hier bla. Das sind drei Artikel, weil es drei Events sind, sozusagen. Ein bisschen hässlicher, aber trotzdem gleichzeitig ansehnlicher ist das dargestellt, weil da sind auch Bilder dabei. Wir wissen ja, Menschen, die gucken immer auf die Bilder und die gucken kaum auf den Text. Deswegen, Go Games hat das hier mit Bildern nochmal schön rübergebracht, dass ihr das seht. Deswegen gucken wir uns mal das an. Denn was erwartet uns? Zwei Millionen Raids für Megataubos. Was war da denn los? Es wird also ein, ähm, boah, ist das, ist das hässlich gemacht, Event-Zeitraum für Megataubos. Hier steht es im Prinzip andersrum. Hier kommen erst das Datum, erst die Fakten, dann das Zeugs. Hier wird halt mit dem Bild erstmal geworben. Wir lesen es doch von hier vor. Egal. Zwei Millionen Mega-Raids, um Megataubos freizuschalten. Vom 1. September 8 Uhr, das läuft jetzt also schon, Bis zum 7. September 22 Uhr wird es Ziel sein, so viele Mega-Raids zu machen wie möglich, um Megataubos als Raid-Boss freizuschalten. Die Mega-Raids stehen ja so schon in der Kritik, dass Leute sagen, sie sehen nicht ein, dass sie da sinnlos Pässe rausballern für unnütze Pokémon, wenn das nicht hält, wenn da nichts dran, äh, geändert wird. Jentic will sich ja das Feedback beherzigen, zu gut führen, aber bevor sie wirklich irgendwas machen, hauen sie erstmal ein Event raus, wo nichts anders ist als davor. Ihr müsst also gezwungenermaßen jetzt sogar diese Pokémon raiden. Ihr müsst jetzt zwei Millionen Dollar, zwei Millionen Euro, sucht's euch aus, ausgeben und nur wenn die zwei Millionen Umsatz durch die Raids bekommen, geben sie euch Taubos. Ihr kauft euch also das Mega-Taubos, aber müsst das ja dann auch raiden. Ihr habt ja dann nur die Möglichkeit, es in Raids zu bekommen, sodass ihr das auch wieder tausendmal raiden müsst, damit ihr es dann auch mal entwickeln könnt. Und, weiß ich nicht, ist Taubos jetzt das heftigste Pokémon? Ja, aber trotzdem, ich finde dieses Konzept immer noch nicht so cool. Ihr raidet jetzt tausendmal genau die gleichen drei, äh, Gestalten, habt schon keinen Bock mehr und jetzt hauen sie ein Event raus, wo ihr nochmal eine ganze Woche lang exzessiv diese drei Gestalten raiden müsst, um dann eine vierte Gestalt freizuschalten, die ihr raiden müsst, damit ihr die überhaupt auch entwickeln könnt. Das klingt für mich alles immer noch nicht cool. In dieser einen Woche gibt es also eine erhöhte Anzahl an Mega-Raids. Ja, bisher waren die trotzdem eigentlich häufig. Jetzt gibt's sie wahrscheinlich fast nur noch. Ihr werdet kaum Fünfer finden oder irgendwas. Angriffsbonus für Freunde in Raids haben wir dabei. Feldforschungen, die sich auf das Raiden fokussieren. Man erhält Mega-Energie für Bisa-Flor, Glurak und Turtog. Das ist hier drüben, glaube ich, auch nochmal irgendwie beschrieben. Bei diesen Feldforschungen muss man ebenfalls Raids bekämpfen. Das heißt, ihr freut euch vielleicht, dass ihr nicht raiden müsst, um Energie zu bekommen für die Mega-Entwicklungen, da es die aus Feldforschungen gibt, aber die Feldforschungen sagen, dass ihr raiden müsst, um diese Forschung abzuschließen, um die Energie zu bekommen. Also ihr müsst im Endeffekt ja doch raiden und kriegt ihr ja doch nur durch Raids. Auch wenn ihr sie aus einer Forschung bekommt, die euch zwingt zu raiden. Es sind trotzdem einfach nur Raids. Folgende Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis. Abra, Magnetile, Ovai, Rihorn, Tangela, Elektake, Ammonita, Saerodactyl, Gramurx, Gagabor, Flemly, Luturzel, Roselia. Wenn man Glück hat, kann man einen Shiny Luturzel finden. Verstehe ich nicht, weil Luturzel ist ja schon seit Ewigkeiten im Spiel, als Scheidi hatte er seinen eigenen begrenzten Forschungstag, wo das eigentlich jeder hätte bekommen können mit, der da mitmacht. Interessant sind, hier nochmal gekennzeichnet mit M, die Pokémon von denen, die häufiger erscheinen, die eine Mega-Entwicklung haben. Darunter wären also Abra, Aerodactyl, Gagabor, Flemly. Ansonsten, ja, nehmt halt ein bisschen was mit, ändert sich halt wieder in der Wildnis was. Ihr habt hier nochmal das hässliche braune Luturzel, was ihr dann entwickeln könnt. Und Kapalores ist ja auf jeden Fall sehr lustig, aber trotzdem, ja, es gibt keinen neuen Pokémon, und es gibt kein neues Shiny. Es ist dasselbe wie die ganze Zeit, nur dass ihr im Prinzip noch mehr Mega-Raids machen sollt. Ohne irgendwas dazu. Es ist ja nicht so, dass ihr dann die doppelte Menge Mega-Energie bekommt, oder dass ihr garantiert 20 Sonderbombs bekommt, oder dass sonst was passiert. Und Shinies gibt es ja eh schon von den Mega-Raids momentan, also, ich finde das eher schwach. Mir gefällt das eigentlich gar nicht. Und nur um Taubos freizuschalten, ich werde da auf jeden Fall nicht exzessiv suchten. Ich werde vier Videos machen jetzt in nächster Zeit mit meinem eigenen Konzept darüber, über jede Mega-Entwicklung eins. Aber dieses komplett ausrasten für die Raids, nein, danke. Dann habt ihr das nächste, 275 Millionen Kämpfe, um Mega-Hundemon freizuschalten. Vom 11. September, 8 Uhr bis 17. wird es Ziel sein, so viele Kämpfe mit Mega-Pokémon wie möglich, um Mega-Hundemon als Raid-Boss freizuschalten. Steht jetzt hier komisch, ne? Hier steht das so, dass... Dabei handelt es sich um Arena-Kämpfe, also keine Raids, Kämpfe gegen Team Go-Rocket, also keine Raids, und Trainerkämpfe, wo ihr denkt, cool, ich kann also normal einfach kämpfen, muss keine Raid-Pässe ausgeben und so weiter, und das zählt alles mit rein. Aber, ihr müsst diese Kämpfe mit Mega-Pokémon bestreiten. Sprich, ihr müsst ja doch Raiden, um die Energie mitzunehmen, um eure Pokémon dann Mega zu entwickeln, und dann mit den Mega-Entwickelten Pokémon, die ihr schon wieder teuer gekauft habt, in anderen Sachen rumwühlen, damit ihr das... Das zieht sich, das dreht sich im Kreis, das beißt sich, ich... Keine Ahnung. Es wäre natürlich schlau, wenn man in der ersten Woche einfach nur Raidet und nichts Mega entwickelt. Komplett bei jedem 999 Energie drauf klatscht, wenn man das unbedingt braucht, und erst in der zweiten Woche dann mal eine Mega-Entwicklung startet, und dann alles rausballert. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, aber ich glaube, die Leute, sobald die hier was zusammen haben, entwickeln die und freuen sich. Guck mal, mein Mega-Kluchack! Aber das bringt euch hier nichts. Dass ihr Mega-Raids macht, reicht ja in der Woche. In der zweiten müsst ihr mit euren Mega-Entwicklungen kämpfen. Und dann hat keiner mehr Energie, und deswegen drehen sie durch und müssen wieder von vorne sammeln. Man erhält Mega-Bi-Bo-Energie aus Feldforschungen. Zudem gibt es einen temporären WP-Boost für Mega-Bi-Boar. Mega-Bi-Boar hat also schon einen WP-Boost, im Gegensatz zu Bi-Boar. Und Mega-Bi-Boar bekommt aber nochmal einen WP-Boost. Ist es dann Mega-Mega-Bi-Boar? Und kommt auf 5000? Ich weiß es nicht. Aber es ist schön. Ich habe mich ja schon gefragt, wie schaffe ich es denn, meinen Pokédex mit Bi-Boar zu vervollständigen. Denn ich kann es einmal entwickeln, männlich, für 100. Wenn ich das weibliche entwickeln will, kostet mich das ja auch nochmal 100. Und das geht nicht, weil man hat ja nur noch 75 aus der Forschung übrig. Ich könnte das Gleiche nochmal entwickeln, das ist ja günstiger, aber das bringt mir nichts für den Pokédex, denn ich brauche männlich und weiblich. Shiny ist egal, das ist gleich mit angezeigt und mitgenommen. Warum auch immer, finde ich auch komisch. Ich dachte wenigstens, man muss ein Shiny entwickeln, man muss ein Männchen entwickeln, ein Weibchen entwickeln, ein Lucky entwickeln. Lucky ist weg, braucht man nicht. Shiny braucht man auch nicht, komischerweise. Also gibt es nur Mann und Frau. Das ist schön, dass man jetzt da aus Feldforschungen Bibor-Energie bekommt, wenigstens etwas, was man für die, was man da als Aufgabe hat. Zum Beispiel, du kriegst 10 Mega-Bibor-Energie, indem du 20 Mega-Rates absolvierst, dann fasse ich mir da wieder an den Kopf. Mann erhält Mega-Energie für Bisa, Flor, Clorak und Tur-Talk. Hey! Toll. Folgende Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis. Raupi, Hornliu, Paras, Blutzuck, Sichlor, Pinsier, Ladybar, Wumpel, Weberak, Zipurze, Burmi. Also lauter Gesocks, seht ihr schon. Ist auch hier wieder gezeigt, Hornliu kriegt eine Mega-Entwicklung, wissen wir doch schon, Sichlor und Pinsier, Übrigens gibt es dann auch Shiny Ladybar. Sieht halt jetzt nicht spektakulär aus, ist auch nutzlos, meiner Meinung nach, aber immerhin ein neues Pokémon. Wenn man Glück hat, kann man Shiny Ladybar finden, es gibt eine zeitlich begrenzte Forschung, die sich auf Raids und Kämpfe spezialisiert. Team Gorockert wird neue Krypto-Pokémon verwenden. Ob das dann da eingeführt wird und danach so bleibt, oder ob das nur in dieser Woche ist, im Endeffekt kommen die an mit Mega-Pokémon oder was und reißen euch den Ahr auf. Ich bin mal gespannt. Von der Sache her würde ich natürlich die zweite Woche schon viel, 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 viel besser finden als die erste. Denn hier gibt es einfach nichts. Aber hier kann ich meine Mega-Biber-Energie holen. Ich kann das Ladybar suchen, Team Rocket bringt wieder Abwechslung rein, es gibt begrenzte Forschungen, sonst was. Zweite Woche auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung, obwohl man sicherlich auch einfach wieder raiden muss, damit man überhaupt entwickeln kann und muss und dann bla. Dritte Woche werde beste Freunde mit deinem Mega-Pokémon. Nein. Vom 22. September bis 28. wird es Ziel sein, sich mit seinem Mega-Pokémon anzufreunden. Boni während diesem Event, das klingt schon wieder eigentlich machen die Leute es doch so, dass sie das Pokémon, mit dem sie Best Buddies sind, vielleicht nehmen und zum Mega-Pokémon machen. Anstatt zu sagen, hey, ich nehme diese Mega-Pokémon, die ich mega entwickelt habe und jetzt nachträglich, obwohl ich die ohne Zuneigung entwickelt habe, freu ich mich mit denen doch an. Bisher war es nur harte Schufterei, aber jetzt jetzt wird ein Bündnis draus. Mega-Entwicklungen halten zwölf Stunden. Das ist das Dreifache, ne? Laut Adam, Riese, Bruder, Rest in Peace. Mega-Entwicklungen halten zwölf Stunden, Knurse behalten doppelt so lange wie sonst. Man erhält Mega-Energie für Bisa-Flor, Glorak und Turtok. Ja, mein Gott, schon wieder, das ist aber schön. Vor allem Knurse. Gibt es ja wenigstens Knurse? Was bringt es mir, wenn die doppelt so lange halten und man hat keins? Vielleicht gibt es ja welche aus der Forschung da, aus den, ja, ne, ich glaube, müsst ihr halt kaufen. Egal. Folgende Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis. Dodua, Lola, Kokowai, Pinzir, Lapras, Relaxo, wie Senior, wohin genau, Mantax, Panzer, Aeron. Können wir hier nämlich wieder gucken. Pinzir, natürlich, Mega-Pokémon, alle anderen eher nicht so. Trotzdem ist Pinzir, Lapras, Relaxo, finde ich auf jeden Fall cool und Dodu wird jetzt Shiny eingeführt. Das auf jeden Fall auch nice, ne, finde ich sogar cooler als das Ladybar. Wenn man Glück hat, kann man Shiny Dodo finden, man kann besonders große Pokémon in Raids herausfordern, man erhält mehr Mega-Beebo-Energie aus Forschungen, die brauche ich dann schon gar nicht mehr, habe ich mir ja schon nach oben geholt, ne. Es gibt besondere Begegnungen bei Schnappschüssen. Das stand auch in dem anderen Artikel wieder, wenn man sein Mega-Pokémon fotografiert in einem Schnappschuss gibt es eine Begegnung der gleichen Spezies. Was heißt das jetzt? Ich fotografiere, ich entwickle, ich raide, ich raide für Mega-Energie, entwickle dann mein Mega-Pokémon, fotografiere mein Mega-Pokémon und bekomme dann ein normales Pokémon als Encounter. Ich glaube nicht, dass wenn ihr ein Mega-Glurak fotografiert, dann ein Mega-Glurak da auftaucht und ihr so, ja, mein Gott, Mega-Glurak. Es heißt ja nicht dasselbe Pokémon, es heißt ja nur die gleiche Spezies und die Spezies ist ja die gleiche, wenn es von der Familie kommt. Ihr fotografiert also ein Mega-Glurak und dann taugt vielleicht ein Glurak auf. Habt ihr ja nicht schon genügend aus den zwei Millionen Raids, die ihr machen müsst, aber egal. Ist halt jetzt hier wieder knapp beim anderen Stand am Meer. Wenn man die zeitlich begrenzte Forschung abschließt, erhält man eine zeitlich begrenzte Forschung, die um Mega-Gänger geht zum Halloween-Event. Das ist auf jeden Fall cool, Mega-Gänger, das wollen bestimmt viele, das finden viele bestimmt stark an Halloween, das passt richtig dazu. Die andere Seite hat auch ein dickes fettes Foto gehabt, jetzt habe ich es schon zugemacht. Hier sind natürlich keine Fotos dazu, wie Mega-Gänger aussieht. Wisst ihr ja selber, beziehungsweise wir können ja auch hier draufdrücken, da kommen wir nämlich zu. Hm. So sieht das aus. Guckt euch das an. Heftig, oder? Dieses Drecks. Bilder und Form. Ja, irgendwie. Es sind nicht mal Bilder da. Bruder, was ist denn los? Wo sind die Bilder hin? Vielleicht liegt es auch einfach wieder nur am Internet. Keine Ahnung. Ich versuche es nochmal. Versuche nochmal zwei. Mega-Gänger. Ja gut, lassen wir das. Auf jeden Fall Mega-Gänger wird nice. Joa, was macht man aber in dieser Woche? Keine Ahnung. Die Mega-Entwicklungen halten, aber wenn ich keine mache, interessiert mich das nicht. Knursp hält doppelt, aber wenn ich keinen Knursp habe, interessiert mich das nicht. Man erhält Mega-Energie, brauche ich nicht mehr. Ich gehe also auf Dodo-Jagd, kriege ein Shiny Dodo. Weiß ich nicht. Den Sinn, den Sinn verstehe ich auch nicht von der dritten Woche. Gut, es wird vielleicht Aufgaben geben, wie verdiene ein oder zwei Herzen mit einem Mega-Pokémon, dass ihr also gezwungen seid, eins Mega zu entwickeln und dann als Buddy zu nehmen und dann was mit dem zu machen. Das müssen wir noch sehen, das müssen wir abwarten. Für mich, erste Woche Schrott, dritte Woche sinnlos, zweite Woche ganz cool. Ihr könnt immer reinschreiben, was sind eure Favoriten? Was mögt ihr, was mögt ihr nicht? Freut ihr euch auf jeden Fall auf die nächsten drei Wochen? Wie gesagt, es hat ja schon gestartet, aber man merkt nichts davon, außer, dass halt mehr Mega-Rades sind, genau die gleichen Mega-Rades, die vorher auch schon da waren. Hätte man da jetzt für die eine Woche tausend andere Sachen reingepackt, wo wir eine Woche lang das raiden können, dann hätten automatisch viel mehr Leute geradet und man hätte locker diese zwei Millionen Mega-Rades geschafft. Mega-Scaraborn im Raid, Mega-Despo da im Raid, eine Woche lang. Gut, dann drehen die Leute wieder durch, weil sie nur eine Woche lang Zeit haben und an der Zeitdruck stehen, aber trotzdem. Ich finde es ein bisschen komisch, bisher habe ich mich immer auf jedes Event gefreut, aber ich glaube, das macht immer noch alles kaputt, solange da nichts überarbeitet ist. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus, ich muss mich nämlich beeilen, ich muss gleich zum Raid Hetzen ein neues Video aufnehmen, der sich mit eingetragen hat bei Discord, ist dann auch wieder im Video live dabei. Sehr schönen Grüße gehen raus, das war es von meiner Seite, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses.